Winterwetter bis ins Flachland. Am frühen Morgen hat es im Westen kräftig geschneit. Ein großes Schneefallgebiet zog in der vergangenen Nacht auf und traf vor allem Nordrhein-Westfalen. In Essen kam 4 cm Neuschnee zusammen. In Lüdenscheid waren es sogar 8 cm. Selbst in Köln gab es einen regelrechten Flockenwirbel. Auf den Straßen und Wiesen wurde es sogar kurzzeitig weiß und der Winterdienst war im Einsatz. Im Sauerland hat der Wintereinbruch für massive Verkehrsprobleme gesorgt. Örtlich kam es zu Unfällen. Wie das Wetter wird mit der Wetter-Online-App immer einen Schritt voraus sein. Jetzt installieren!